Ja, die will morgen auch zu mir kommen, hier zu Just20. Ja, dann hast du es auf jeden Fall geschafft, wenn die bei dir klingeln. Ja. Oh, ich habe getroffen. Sehr gut. Dann wollen wir mal hier weiterlaufen. Oh. Oh, oh. Nee, das ist nur der Käfig. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, die kommen jetzt hier um die Ecke. Aber irgendein Zombie kriegt es doch hier schon wieder rum und will einen auf die Mütze haben. Alter, mein Aiming ist schon wieder so schlecht. Meins erst. Ich muss mal trainieren, wieder warm werden. Ach, Kollege Schnürschuh ist auch da. Auf jeden Fall erst mal gemessert, den Kollegen. Ja, der braucht das. No. No. Das sind so Schäle. Ja. Und da noch. Achso, ja, okay. Oh, oh. Alter. Nicht schlecht. Also, beim Metro wurde mir immer angezeigt, ja, du musst jetzt nachladen. Ne? Also, das wird ja hier nicht gemacht. Nee. Dann sind die hier nicht so großzügig. Ja, manchmal ist das praktisch. Ja. Auf jeden Fall. Ich finde, wenn man viel sowas spielt, dann passiert das irgendwann ganz automatisch. Genau. Ich habe das bei, ja genau, bei Metro auch festgestellt, weil es einfach so, ja, so automatisch schon drin ist, dass man dann eher drückt, ne? Ja. Also, durch Hand und dadurch, dass ich die Shooter jetzt öfter spiele, was ich ja jahrelang nicht mehr gemacht habe. Oh, hallo. Munition. Oh, Gegner. Alter, so schnell. Mhm. Ist die? Nee. Ich habe nur auf den Zombie im Geschoss. Also, ich glaube aber, der war alleine. Der ist bestimmt abgewohnt. Oder er kommt von hier hinten angelaufen. Ich gehe mal kurz gucken. Jo, ich bin auch gerade dabei. Der muss aber noch in der Nähe sein. Ja. Das Dings brummt. Oder ist er sich denn... Oh. Und wo schießt er denn? Ich weiß. Ähm. Ich weiß. Oh, hier hinter mir. Der ist hier. Der Arsch. Er hat mich auch erschossen. Wo ist er denn? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ist er auf der Veranda irgendwie, oder? Rechts am Tor, da wo du gerade hinziehst. Da war der. Ja. Und da hat er mich erschossen. Kann sein, dass er wieder von hinten kommt, genau. Oh, von hinten. Oh ja, ich höre ihn. Sehr gut. Drecksack. Du kannst mich ja wiederbeleben. Ich glaube, der war alleine. Ja. Alles klar. Ne, 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 ne. So. Natürlich hebe ich dich auf. Jawohl. De, 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 de. Ich werde aufgehoben. Das ist ja ein Trunk. Das ist ja wie Barocki hier. Adrian. Der hat aber echt blöd um die Ecke geguckt. Allerdings. So, 50 Dollar hat er mir beschert. So, ich löse mal das Rätsel. Er hat nämlich ganz schön abgelenkt hier, der Junge. Das stimmt. Ich muss mal hier das Messer schon mal rausholen. Ja, falls du irgendwo so ein Verband siehst, Verbindungskasten da, Verbandkasten. Ist auf jeden Fall Munition drin. Hier gibt es eine Kasse oben. Oh. Das ist gut. Ah, bist du schon oben, ja? Ja, hier ist auch das Ding zum Lösen. Ah, okay. Ich suche nach einem Verbandskasten. Hm. Komm mal, ich bin mit dran. Ich bin der Meinung, draußen habe ich eingesehen. Aber hier ist auch noch Munition. Ja. Bist du die Kasse schon? Hm, die habe ich schon. Da ist schon ein bisschen Kohle eingesammelt hier. Ich gucke mal rum hier, ob ich was finde. Hm. Aber ich muss sagen, also ich habe ihn doch ganz gut getroffen, ne? Ja, auf jeden Fall. Einfach. Hier gibt es auch Munition. Ah. Mensch, ich habe doch... Ach, da ist er, äh, der Verbandskasten, äh, das Dings. Da gibt es noch mehr Munition. Ach, nee, die ist schon leer. Ach, wir haben den ja schon gefunden. Der ist ja hier drinnen. Oh. Man hört ihn sogar. Vorsicht, lauf weg. Ach so. Das gibt immer viel Erfahrungspunkte, wenn man den platt macht. Irgendwie hängt der da, ähm, fest und kann, kommt nicht vorwärts. Das ist gut. Ja. Nur ich dachte eben, ich muss dich warnen, weil... Weißt du? Ja, das war super. Ich schieße den an und der läuft nachher auf dich zu, ey. So, dann kann ich hier gleich nochmal Munition sammeln. So, nochmal... Ah, du hast Ziel schon gefunden. Sehr gut. Boah, jetzt hat mich hier einer angezündet, ey. Das ist nicht so schön. So, jetzt nochmal nachladen hier. Alter. Da flogen aber eben die Späne. So. Will sich nicht materialisieren, der Sack. Ach, das ist das Meuchleichen, ja? Ja. Oh, das hat ihm aber nicht gefallen. Nee. Oh, ein bisschen hat er schon abbekommen. Oh, schön. Er läuft wieder durchs Feuer. Ja. Wo ist er? Wo ist er? Komm her, Chantal. Ach da. Oh, jetzt hat er eben... Ist er über mir rumgekrochen. Jetzt ist er aber wieder weg. Ah, ich wurde erschossen. Pass auf, äh... Bestimmt von rechts irgendwie. Also von außen. Ja. Ja, das ist scheiße. Hm. Oh, Mist wieder. Das ist natürlich blöd jetzt. Ja. Da war ich wieder zu mutig. Ja gut, kannst du ja nicht wissen, dass da einer ist. Hm. Oh, nee, ey. Der nervt total. So, mal gucken. Wer so hier da ist. Hm. Ich mach's bei mir auch, Peng. Alter, geil. Headshot. Oh. Mein Game hängt. Ach, jetzt. Alter, auch geil. Jetzt hast du gerade eine weggeschossen. Alter, wie es mich weggeschwommen hat. Ja, ich wollte dich aufheben. Ich hoffe, das war der einzige, aber ich denke mal... Cool, danke. Ja. So, ich geb mir mal erst mal ne Spritze. Dann plünder ich den und dann gehen wir wieder rein, ne? Genau. So, dann haben wir den auch fertig. So, warum hat der Spritze jetzt nicht gesetzt? So, ich geh jetzt hier mal rein. Wo ist er? Hat er? Oh, nee. Saatenmutti. Irgendwo ist eine Saatenmutti. Oh. Guck, wo ist denn das Dreck hier? Du musst ja... Irgendwo muss sie ja hier sein. Hm. Das gibt's ja auch gar nicht. Äh, keine Saatenmutti. Ich bin da drin. Und mich greift die Saatenmutti an und... Gibt's ja nicht. Du hast auch keine gesehen, ne? Nee. Ja, ist egal. Vielleicht... Wer weiß schon. Hey. Als hat er mir hier angeritzt. Der Sack. Ja, das ist echt herzend. So, okay. Spritze. Aber, wenn ich sehe... Der hat ja nicht mehr so viel Energie, ne? Es geht. Ja, ein bisschen hat er noch. Ich weiß nicht. Der ist echt schwer zu durchschauen, ey. Oh, jetzt... Jetzt hab ich wieder getroffen. Hallo. Ich bin da. Das ist hier für ne Gastfreundschaft. Ach, da. Da war die Gastfreundschaft. So, ich muss mal meine Blutung stoppen. Oh, jetzt blute ich wieder. Ja, ich auch. Alter. Der ist aber heute gut drauf, der Junge. Wir haben schon zwei Gegner platt gemacht und der Typ besorgt es uns immer. Wir brauchen immer so ein bisschen länger bei diesen Mistviechern. Der ist auch übel drauf, ey. Na, komm her. Oh, jetzt... Oh, er hat mich schon wieder getroffen. Los, zeig dich doch mal, du Meuchler. Oh, gleich hast du ihn. Aber er mich auch, glaub ich. So, jetzt kriegt das aber... Oh, der Assassine hat mich umgebracht. Wollte mich grad verbinden. Ich glaube, ich glaube, jetzt habe ich ihn, oder? Ne, fast. Komm her, du müssten... Oh, nein. Jetzt will er es aber wissen, ey. Boah. Hunde, ähm, das heißt, draußen sind bestimmt wieder irgendwelche Leute. Ne, ich glaube, ich war einfach zu nah dran. Okay. So, wo ist er denn jetzt? Der braucht doch nur noch einen Schuss. Ein. Jo. Jo, das war's. Genau, er brauchte nur einen Schuss, ey. Aber das... Der übel, ey, der Typ. So, super. Ja, jetzt haben wir ihn natürlich erstmal richtig welche verpasst. Ja, der konnte gar nichts. Ne, was soll ein Lappen, ey. In der Endgegnerskala ganz weit unten. Ja. Muss ich mal draußen kurz heilen. Gab's so ein Heilkit. Aber wird man nicht geheilt, wenn man den verbannt hat, irgendwie? Man wird... Ja, 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 richtig. Hast du recht. Ich wollte mich auch gerade verbinden und hab mich gewundert, warum's nicht geht. Und dann fiel mir ein, äh... Sobald wir den verbannt haben, ne? Halt, hier liegt überall noch Munition und so rum. Oh, sehr gut. Das ist richtig gut. So. Ja, das war ja... Das war ganz easy. Mhm. Easy peasy. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob irgendwelche Gegner reinkommen oder ob sie draußen bleiben. Ja, ich schieße mal kurz. Mhm. Hier kann ich die Tür zumachen. Schade, dass ich sie nicht verriegeln kann. Mal gucken, gibt's hier irgendeine Falle, die ich aufstellen... Ah, hier ist eine Falle. Ah, hier ist auch noch. So. Ach, der Ausgang ist auch nah dran. Ah, das ist gut. Hast du wieder was Gutes zu trinken da? Ja, auf jeden Fall. Ich hab hier zwei fette Rockstar. Ich war heute nämlich extra noch bei Penny einkaufen. Deswegen, ich hatte, als du, äh, geschrieben hattest, ähm... Hatte ich mich nochmal hingelegt. Also vorher. Und, äh, hatte es dann auch eine Stunde später erst gesehen. Und um 16 Uhr war ich dann nochmal einkaufen mit meinem Vater. Mhm. Ja, hat sich... Und dann dachte ich, Mensch, die Rockstar haben mich da so angelächelt. Ja, und jetzt, wo es ja Geld gab, ne? Ja, auf jeden Fall. Ne, muss gleich auf den Tisch, äh, auf den Kopf gehauen werden. Ja, mal gucken. Ich bin jetzt gespannt, ob hier einer reinrennt, aber... Sieht bis jetzt noch nicht so aus. Nee. Ja, was mich gewundert hat, auch die beiden waren ja... Jeder alleine unterwegs, glaube ich. Die haben sich bestimmt aufgeteilt oder so. Rennst du durch Ketten? Ja, ja, ich war das. Damit es dann leiser ist. Nee, ist ja nur, falls, ne? Ja, ja. Hätte man gewusst, dass irgendwer anders noch da ist. Ich meine, jetzt weiß wohl jeder schon, wo wir sind. Ja. Aber ich habe mir eben auch gedacht, es war sehr ungeschickt. Nee, das ist jetzt egal, glaube ich, weil jetzt... Wir sind so ein Riesenziel jetzt auf der Mär. Hm. Ja, gleich ist er verbannt. Können wir die Trophäe einsammeln. Oh, super. Guck, wie er zusammengefallen ist. Oh. Oh, gut. Trophäe aufgenommen. Würde ich sagen, hauen wir ab. Hm. Ich laufe dir mal hinterher. Ich gucke mal, ich glaube so in die Richtung. Ich gucke mal kurz rum. Ach, das sieht super aus. Alles frei. Oh, das ist ja mal gut. Keiner von der Gegner-Gewerkschaft da. Nee. Dann gleich Bäh. Genau. Warte mal, den muss ich ja nochmal mitnehmen. Ja. Mensch, ja, das ist ja mal eine erfolgreiche Runde. Auf jeden Fall. Da haben wir jetzt richtig gut Erfahrungspunkte gesammelt. Oh. Haben sie auf dich geschossen? Ja. Oh ja, ich sehe ihn da. Ja. Hier irgendwie, ne? Ja. Oh ja, er hat mich auch getroffen. Arschlocher. Ja. Oh, scheiße. Dann trifft du Schießt ja immer noch auf dich. Ich bin ja fast tot. Ich muss mich mal kurz hier... So. Jetzt warte ich... Warte ich hier mal. Ey, der kommt da bestimmt hinterhergelaufen. Ja. Ich hocke mich hier mal hin. Ich will mal sehen. Der kommt doch bestimmt gleich angelaufen, der Vogel. Schade, ich sehe ihn nicht mehr. Oh. Hast du ihn erwischt? Nee, er hat auf mich geschossen, der Sack. Hat mich fast umgebracht. Und ich habe nicht gesehen... Ja, der ist bestimmt wieder mega getarnt. Wo ist denn dieses... Ich frage mich, wo der Ausgang ist. Äh, ich sehe ihn. Der Ausgang ist hier. Scheiße. Ja, durchs Wasser können wir nicht. Wir müssen den irgendwie erledigen. Hm. Ob ich jetzt wüsste, wo er ist. Ja. Wer trötet denn da ist das? Macht er das? Ah, ich sehe ihn. Ja? Ja. Machen wir ein Zeichen? Hier und der kommt jetzt links in deine Richtung. Scheiße, wo ist er jetzt hin? Du hast auch keine Sicht mehr, ne? Nee, leider nicht. Oh, will ich den wenigstens... Ah, ich sehe ihn. Der hinten ist da. Jetzt. Ah, jetzt ist er weg. Dann komm mal hier ran. Vielleicht kriegen wir es, äh, rechtzeitig rauszukommen. Hm. Ich springe auch noch mal ein bisschen, hüpfe ein bisschen. Ja. Wenn wir nicht gleich ein Headshot verpassen, falls er mich doch noch sieht. Unglaublich, echt, äh, da hat er uns die ganze Zeit verfolgt. Alter, raus. Gut. Zwei Gegner. Endgegner besiegt. Trophäen eingesammelt. Wow. Und einen ganz fetten Arne plattgemacht. Mhm. Hammer. Hammer.